herzlich willkommen zu einer neuen episode irgendwas mit recht von lto und lto karriere in eure ohren gebracht und natürlich von mir mark orendorf jurist im rheinland und heute spreche ich mit christian wachsmann hallo christian hallo mark christian du bist verwaltungsjurist genau das ist ein thema was hier bei ihrem er ziemlich viele zuhörende hören wollten weil sie es spannend finden und gleichzeitig hattest du dich vor einiger zeit bei uns gemeldet insofern passt das ganz wunderbar zusammen aber vielleicht fangen wir wie immer vorne an stell ich auch mal so ein kleines bisschen vor wo hast du studiert und warum dann verwaltungsjurist mein name ist christian wachsmann hast du ja schon gesagt ich habe nach dem abitur erst mal eine ausbildung im öffentlichen dienst gemacht zum verwaltungsfachangestellten und habe dann schon während der ausbildung eigentlich gemerkt dass mir der juristische part in dieser ausbildung sehr viel spaß macht allerdings also ein ganz grundsätzliches verwaltungsrecht verwaltungsakt widerspruch und sowas also bei den studenten im grundstudium und habe dann da schon mit dem gedanken gespielt ob ich nicht auch ein jurastudium draufsetzen sollte alles klar bin dann nach der ausbildung erst mal erst mein berufsleben gestartet habe mich dann nach einem jahr für ein studium entschieden an der uni mainz habe da mein grundstudium absolviert die ersten vier semester bin nach der zwischenprüfung dann zusammen mit einem kumpel damals nach berlin gezogen an die hu berlin gewechselt einerseits ein bisschen wegen der stadt aber auch weil die hu berlin eigentlich ganz gute referenzen hat habe da mein studium beendet mein schwerpunktbereich mein erste startexamen und bin dann zurück nach frankfurt und habe dann in mainz mein referendariat abgeschlossen kommst du aus hessen da aus der gegend oder warum warst du dafür kommen gebürtig und bin auch dort aufgewachsen aus koplenz ok ja genau da habe ich auch meine ausbildung gemacht beim landesmuseum koplenz hatte also da auch noch einen ganz spannenden hintergrund gehabt eigentlich naja gut dann passt du das ja ganz gut sozusagen zusammen können und du wusstest dann schon was dich erwartet ganz gut war denn immer klar dass du dann sozusagen auch jura studierst weil du wieder in diese verwaltungsjurist ecke wolltest genau mein ziel war es eigentlich langfristig wieder zurück in den öffentlichen dienst zu kommen auch als jurist und richter oder staatsanwalt fand es nicht so interessant richter fand ich tatsächlich vor dem referendariat interessant im referendariat war ich beim strafrichter ich war nicht bei der staatsanwaltschaft der strafstation fand ich auch sehr interessant aber es hat sich dann auch über ein paar zufälle halt einfach der weg wieder in die kommunalverwaltung gegeben aber du warst mal anwalt hast du im vorgespräch erwähnt genau also ich habe nach dem referendariat dann doch erstmal eine tätigkeit als rechtsanwalt angefangen war da überwiegend im arbeitsrecht tätig habe auch mein schwerpunkt referendariat aufs arbeitsrecht gelegt war auch eine spannende tätigkeit ja muss ich auch sagen aber wie gesagt ich bin dann irgendwann auf eine stellenausschreibung im öffentlichen dienst gelandet und habe mich da beworben und mit dann halt auch dahin gelangt was hat dich denn vom arbeitsrecht wieder weggebracht eigentlich hat mich nichts vom arbeitsrecht weggebracht mich hat es eher zum öffentlichen dienst hingezogen also da ich ja dann doch schon seit längerem damals die ambition hatte wieder öffentlichen dienst zu gehen habe ich halt die die möglichkeit wahrgenommen weil sie sich mir ergeben hat wenn ich jetzt nicht auf diese stellenausschreibung gestoßen wäre damals wäre ich wahrscheinlich jetzt immer noch rechtsanwalt sei es jetzt arbeitsrecht oder vielleicht auch verwaltungsrecht ja okay verstehe und das war eine stellenausschreibung als was es war anfangs eine stellenausschreibung bei einem eigenbetrieb der stadt rottgau die stadtwerke rottgau die unternehmensjuristen gesucht haben der klassische syndikus anwalt da hat es dann aus anderen gründen ich sag mal agg gründen eines mitbewerbers nicht funktioniert aber zufällig und auch für mich glücklicherweise hat die stadt rottgau an sich dann hinterher auch noch einen juristen gesucht okay also für diejenigen die jetzt vielleicht nicht ganz so gut in geografie sind rottgau liegt in rottgau liegt in hessen hinter darmstadt okay und einen eigenbetrieb der stadt ist für diejenigen die noch nicht ganz so weit sind im verwaltungsrecht da gibt es verschiedene formen ich will es nicht so weit ausholen aber die sind grundsätzlich auch in anderen städten für die energieversorgung zuständig die sind meistens zuständig für den öffentlichen personennahverkehr die busse die in der stadt herumfahren die machen meistens die gesamte wassertechnik sei es das abwasser frischwasser das machen meistens eigenbetriebe der stadt dieser dann ausgelagert okay und dann bist du aber nicht im eigenbetrieb gelandet sondern bei der stadt selbst bei der stadt rottgau und da bist du auch jetzt noch tätig oder da bin ich jetzt noch tätig ganz genau und was machst du da ja das nennt sich fachbereichs leitung das ist jetzt aber nur so was eigentümlich ist von der stadt rottgau fachbereich recht und gremien ich habe die leitung des fachbereichs recht und gremien im fachbereich recht fallen ja also man kann sagen dass ich eigentlich auch so der in-house jurist der stadt rottgau bin wenn man es bisschen moderner ausdrücken möchte ich übernehme eigentlich alle rechtlichen fragestellungen die innerhalb der verwaltung anfallen das heißt ich bin keine rechtsberatung von den bürger und sondern nur für die interne verwaltung was ganz wichtig ist ja das macht einen riesenunterschied wahrscheinlich das macht einen riesenunterschied ja also ich bin jetzt auch nicht so präsent in der bürgerschaft natürlich kann man mich auf der internetseite finden ich habe auch vereinzelt anrufe von bürgern die mich rechtliche fragen stellen wo ich dann halt dann doch wieder immer an die andere rechtsberatung wie rechtsanwälte verweisen muss also bist du so ein klassisches querschnittsamt könnte man sagen genau ich bin klassisches querschnittsamt sei es dass das bauamt fragen hat sei es dass die liegenschaftsverwaltung fragen hat mietverträge zwangsvollstreckung schadensersatz ansprüche im zivilrecht also wirklich alles fällt daran ja das ist doch wahrscheinlich nicht recht herausfordernd ich meine klar man hat schon mal das ein oder andere gesehen aber ich stelle mir die tätigkeit ziemlich breit vor dann auf jeden fall also das ist sehr breit gefächert das heißt man sollte schon gute grundkenntnisse in vielen bereichen mitbringen was man aber halt auch nicht unterschätzen darf mein prüfer damals im zweiten staatsexamen hat gesagt nach dem referendariat dürfen sie jeden kommentar benutzen also ich darf alles nachlesen ja also das muss auch sein jetzt zum beispiel aus dem bauamt da kommen manchmal so spezielle baurechtsfragen die dann noch mit mit kommunalen oder örtlichen satzungsrecht kollidieren dass das kann man tatsächlich also ich zumindest nicht ich bin aber auch jetzt nicht der baurechtsexperte kann man nicht unbedingt aus dem studium oder aus dem referendariat alles wissen das ist auch nicht verlangt klar ja man muss wissen wie man vielleicht dahin kommt ja man muss wissen in welchem fahrwasser man sich bewegt wo man nachschlagen muss und dann kommt tatsächlich die klassische aufgabe des juristens da muss man schauen wie ist es in der satzungs geregelt wie muss ich das eventuell auf bau gb bau nv o hessische bauordnung und so weiter anwenden klassische gesetzestext auslegung das ist da ganz wichtig also sozusagen auch einfach juristisches handwerkszeug absolut ja absolut hat das dann auch eine politische komponente dass du hast auch so angedeutet du bist ein bisschen in der kommunalpolitik auch unterwegs oder jedenfalls hast du da so ein bisschen deine fühler ausgestreckt wie schaut das denn dahingehend aus also zu dem klassischen fachbereich recht wurde jetzt auch noch die gremienarbeit angelagert gremienarbeit heißt dass in rottkau bzw in hessen nennt es sich die stadtverordnetenversammlungen man kennt es aus dem kommunalrecht vielleicht eher auch als gemeinderat ganz klassisch das parlament der kommune dann der gemeindevorstand ein zweites gremium die halt ungefähr vergleichbar mit mit dem exekutivorgan sind ja wo der bürgermeister halt vor steht da sind wir tätig wir sind ja auch so die schnittstelle zwischen der kommunalen politischen arbeit und der klassischen verwaltungstechnischen arbeit und müssen halt beschlüsse die jetzt die stadtverordnetenversammlung zum beispiel beschließt oder anfragen bearbeiten weiterleiten eventuell auch rechtlich prüfen ein teil dessen was ihr macht sind auch vergabeverfahren hattest du mir geschrieben im vorfeld was ist denn das eigentlich ja es auch ein ganz spannendes thema die öffentliche hand ist grundsätzlich verpflichtet bei anschaffungen größeren ausmaßes also wir reden da wirklich schon von mehreren zehntausend hunderttausend millionen euro allen bewerbern in der freien wirtschaft die gleichen möglichkeiten zu bieten da tätig zu werden ja das heißt wir dürfen uns grundsätzlich nicht einfach jemanden aussuchen und sagen pass auf du liebes bauunternehmen baust uns jetzt zum beispiel neuen kindergarten gehen sondern wir müssen das ausschreiben öffentlich bekannt machen da müssen wir auch genau angeben was gewünscht ist wir müssen angeben wie wir uns das alles vorstellen und dann dürfen sich darauf jeder der möchte jetzt mal heruntergebrochen darauf bewerben darf angebote abgeben und wir legen vorher kriterien auswahlkriterien fest nach denen wir dann den bestmöglichen bewerber aussuchen was sind das für auswahlkriterien also man hört ja häufig irgendwo ja da ist was ausgeschrieben und ja da gewinnt eh immer der der am billigsten ist und nachher kostet es dann doch mehr ich sage ich mal so ganz klischeehaft ja aber worum geht es denn noch ja gut jetzt können wir natürlich einen exkurs ins vergaberecht machen das wird ja aber glaube ich zu weit führen ja nur zu gerne also wir haben alle zeit der welt man muss einerseits unterscheiden zwischen vergabeverfahren die national stattfinden und vergabeverfahren die eu weit stattfinden das bemisst sich anhand so genannter schwellenwerte innerhalb dessen müssen wir doch mal schauen was genau wollen wir ausschreiben wollen wir eine leistung oder lieferung ausschreiben oder eine bauleistung also schwellenwert dahingehend was das am ende dann ungefähr kostet ganz genau das hat damit zu tun wenn sie jetzt oder oder wenn jetzt eine kommune ich bleibe bei dem beispiel in kindergarten bauen möchte der kann halt locker mal ein zwei millionen kosten wenn ich jetzt aber irgendwie ein komplettes neues drucker konzept für eine stadtverwaltung suche das geht dann eher so in die richtung ich weiß es nicht sagt irgendeine zahl paar hunderttausend ja das heißt schwellenwerte wenn ich einen bestimmten schwellenwert überschreite muss ich mich auf ein eu-weites vergabeverfahren einstellen ja so dass halt alle eu länder auch daran teilnehmen können wenn ich darunter bleibe nur national jetzt will man aufgrund der organisation die dahinter steckt und des aufwandes natürlich versuchen unter dem schwellenwert zu bleiben das kommt dann immer darauf an was man ausschreibt kommt das denn eigentlich vor dass beispielsweise dann wenn es doch mal was größeres ist tatsächlich ein französisches oder österreichisches unternehmen sowas in deutschland baut oder ist das eher die seltenheit das kann schon passieren das ist auch bestimmt schon vorgekommen dass gerade auch bei bauverfahren ist es auch dass sich da auch oft unternehmen aus ländern wie polen tschechien bulgarien melden die natürlich im vergleich zu deutschen unternehmen günstigere preise anbieten wenn die diesen auswahlkriterien die wir vorhin genannt haben angenommen wir sagen jetzt der günstigste preis gewinnt ja dann können die ganz schnell den zuschlag kriegen wenn wir jetzt da das ist auch schon passiert in die in die gewährleistung reinkommen ja in die in die mängelhaftung dann haben wir halt sofort ja also fast internationales privatrecht übergreifendes privatrecht wo wir gucken müssen was findet jetzt hier anwendung also das kann auch schon sehr kompliziert werden verstehe ist das dann auch schon mal ein ausschlaggebendes kriterium dass man sagt naja wir haben vielleicht auch lieber einen schuldner in deutschland kann das auch eine rolle spielen oder ist man dann wirklich eher preisgebunden am ende des tages das können wir uns tatsächlich nicht aussuchen also wenn wir jetzt sagen das auswahlkriterium ist allein der preis ja dann müssen wir den günstigsten nehmen man kann die auswahlkriterien auch erweitern indem er sagt okay wir brauchen mindestens drei referenzen dass schon mal jemand einen kindergarten gebaut hat ja ja verstehen wir wollen jetzt die und die normen bei küchen irgendwie ja dass wir irgendeine deutsche küchen noch haben also man kann es schon man muss aber aufpassen dass man natürlich immer innerhalb der der gesetze bleibt man kann es aber schon in etwa so regeln ich will nicht sagen andere mitbewerber ausschalten kann aber dass man den bewerberkreis eingrenzen kann gut dann würde ich abschließend vielleicht noch mal so drei bis fünf minuten mit dir darüber sprechen wie so ein bewerbungsprozess bei der verwaltung aussieht denn viele die hier zuhören sind ja durchaus auch mal in der situation wo sie beispielsweise ein praktikum in der verwaltung machen oder eine referendariat station oder eben auch im berufseinstieg in der verwaltung wählen oder vielleicht endlich deiner geschichte nach einem bisschen rechtsanwaltlicher tätigkeit sagen verwaltung wird es jetzt doch wie war das damals bei dir so wie lief das ab gibt es ein assessment center hat man ein paar gespräche worauf muss man sich ungefähr einstellen ja ich würde es als klassisches bewerbungsverfahren bezeichnen natürlich bewerbung hinschicken anschreiben lebenslauf lief insoweit alles digital aber dass ich ein pdf hinschicken konnte es gab da eine rückmeldung mit einer einladung zu einem vorstellungsgespräch bei einem vorstellungsgespräch findet jetzt beim öffentlichen dienst nehmen da mehrere leute teil unter anderem auch personalvertretungen also personalrat schwer benennten vertretungen gleichstellungsbeauftragte der kreis dem man sich da gegenüber sieht kann dann locker mal auf sieben acht leute anwachsen wo man sich vorstellen muss es gab dann noch danach als ich eine engere auswahl gekommen bin ein zweites gespräch wo ich mich auch dann noch mal mit dem dezernenten zusammengesetzt habe der sich auch noch einen eindruck davon machen wollte von mir und anschließend gab es dann die zusage hast du dann tipp was so bewerbung angeht so vor allem cv und anschreiben vielleicht hast du ja die ein oder andere bewerbung auch in den letzten jahren dann mal in den händen gehalten was sind so aus deiner sicht die dusen don'ts also ich würde tatsächlich inzwischen davon abraten so typische floskeln in dem anschreiben zu benutzen also man hat oftmals mehr erfolg oder man macht auf sich aufmerksam wenn man vielleicht mal nicht so diesen gewöhnlichen einstieg von wegen hiermit bewerbe ich mich auf die ausgeschriebene stelle sondern vielleicht mal direkt mit etwas persönlichem anfängt direkt mal zeigt warum man persönlich vielleicht dahin passt was einen interessiert wo man landen möchte auch kurz darstellen will ich der lebensweg war die bis die bisherige biografie was auch immer passt wenn man vielleicht schon einen passenden schwerpunkt hat dass man sich ein bisschen auf einen schwerpunkt bezieht das war bei mir auch der fall dass man da schon mal ein bisschen zeigt dass schon lange das interesse auch für so ein bereich da war ja und ansonsten ja klassischer lebenslauf also schauen dass da jetzt keine großen lücken erkennbar sind wenn lücken da sind auch ruhig dazu stehen und sagen wieso weshalb warum das ist jetzt zumindest bei mir nicht immer ein ausschlusskriterium wenn man es irgendwie darlegen kann und im bewerbungsgespräch sollte man sich vielleicht auch immer im kopf behalten dass sich beide seiten kennenlernen wollen man ist natürlich aufgeregt gerade vielleicht wenn es auch das erste vorstellungsgespräch ist man will sich gut präsentieren man will sich von der besten seite zeigen man darf nie vergessen dass das gegenüber also ich sag mal der arbeitgeber auch ein interesse hat den bewerber zu kennen zu lernen dass er vielleicht auch aufgeregt ist dass er das vielleicht auch nicht so häufig macht her also dass man das alles nicht so steif sehen sollte und das kommt oftmals rüber ja dass man sich vielleicht auch ein paar rückfragen überlegt ne so fürs gegenseitige kennenlernen rückfragen sind sehr wichtig ich hatte letztens halt auch noch mal bewerbungsgespräche geführt auf der arbeitgeberseite und das fällt tatsächlich auf wenn die bewerberinnen gar keine rückfragen parat haben ja also es muss jetzt noch nicht mal was spezifisches sein es können auch generelle fragen sein wie sieht das team aus mit dem ich arbeite wie kann ich mir die einarbeitung vorstellen bei den juristen kann man fragen gibt es kommentare digital oder literatur wie sieht es damit aus einfach ein interesse zeigen an der arbeit und wie sieht das mit der besoldung aus wenn man sich da ein bisschen schlau machen möchte noch nie davon gehört hat wie funktioniert das bei euch oder generell in der verwaltung ja es gibt natürlich den den klassischen beamten der zurzeit aber immer weniger eingestellt wird ich bin auch kein beamter das kann ich so offen sagen ich bin angestellter nach dem tarifvertrag für den öffentlichen dienst mit einem wissenschaftlichen hochschulabschluss wird man grundsätzlich als anfänger also eigentlich immer in diese sogenannte enkelgruppe 13 eingestuft der tarifvertrag öffentlicher dienst hat eine entgeltordnung die geht von enkelgruppe 1 bis 15 wobei 15 das höchste ist und enkelgruppe 13 da hat man ich glaube momentan findet fast jährlich eine erhöhung statt ist man in der grundstufe bei knapp 4000 euro brutto monatlich also mit weihnachtsgeld kommt man so auf etwas über 50.000 euro brutto pro jahr und das steigt dann auch je nachdem wie lange man dabei ist da gibt es dann so ein stufensystem auch noch mal innerhalb der gruppe es gibt innerhalb der enkelgruppen gibt es die sogenannten erfahrungsstufen stufe 1 muss man ein jahr verbleiben und stufe 2 zu kommen in stufe 2 zwei jahre und so weiter das kann sich dann innerhalb der stufen in stufe drei die erlangt man nach drei jahren da hat man oftmals schon monatliches brutto von 800 bis 1000 euro mehr also das geht relativ schnell es gibt natürlich stellen wo man dann schneller und besser verdient ja das darf man auch nicht unterschätzen man darf aber auch die vorteile des öffentlichen dienstes nicht unterschätzen die da wären also für mich einerseits die arbeitszeit ja also klar es ist nicht so dass ich jetzt keine überstunden machen muss dass das passiert bei mir auch aber man hat tatsächlich eine geregelte arbeitszeit man kann auch am wochenende hin oder freitags vielleicht einfach mal früher schluss machen es gibt vorteile was die work life balance angeht gerade wenn man in den familiären aspekt geht elternzeit home office teilzeit und da ich auch als rechtsanwalt vorher gearbeitet habe es ist tatsächlich sehr viel höherer arbeitsaufwand als rechtsanwalt oder rechtsanwältin als jetzt verwaltungsjurist in der verwaltung das kann man denke ich schon pauschal so sagen okay gut und wenn man das jetzt interessant fand kann man dann sich vielleicht sogar bei dir als praktikant oder referenda bewerben das kann man grundsätzlich machen praktik also studenten die inhalt des studiums im praktikum machen wollen oder müssen können sich bei uns bewerben wir nehmen auch regelmäßig referendare an wir haben immer eine referendarin mehr als eine können wir leider nicht aufnehmen referendare referendarin aber da sind wir immer offen also ich habe eigentlich regelmäßig referendare bei mir ist bei corona zeiten was bisschen weniger weil wir auch teilweise den platz nicht oder den die die möglichkeit bieten konnten auch wegen home office und soja aber das sieht jetzt alles wieder an ja christian vielen dank dass du dann hier dir die zeit genommen hast diese ja spannende und auch vielseitige position mein kleines bisschen darzustellen sehr gerne danke dir tschüss tschüss tschüss